Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf der Cloud Realm und ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen, weil wer weiß, ob der Server wieder hält oder nicht. Und mir wurde Kuchen gebracht, lecker lecker Kuchen. Oh, ich habe doch gar nicht geputzt da. Und Schilkelin trank der Heilung von Philipp. Sehr schön, ich lasse ihn trotzdem mal da drin, nicht dass er sich wegpackt. Wie irgendwie alles hier auf dem Server. Ihr habt es ja auch bei Cloud gesehen und bei mir, wo ich das Fleisch da reintun. Und mein Ziel war es ja gestern zu farmen, hat ja nicht mehr geklappt. Und wir werden es heute mal versuchen, hier alles zu machen. Und hier ist ein Schild mit lila in der Schrift. Hab mal was Sachen wachsen lassen. Dein Toramara. Finde ich recht nett. Oh, cool. Moment. Wie ich das wieder jetzt einsamende, das packt sich bestimmt weg bei meinem Glück. Oh, das war zu viel. Ich war gerade verwirrt von dem Zombie, was irgendwie verbrannt ist. Ich bin mal vorsichtig einsam damit. Ich hoffe, dass ich nicht wieder gleich alles wegpack. Das wäre echt super ärgerlich. Hier ein paar Karötchen haben wir. Also irgendwie so die mittlere Item-Leiste ist sehr gefährlich. Da packt sich irgendwie alles mögliche weg. Hm. So. Aber im Notfall haben wir immer noch das ganz große Feld vorne, was glaube ich der liebe Philipp hingepackt hat. Sehr löblich. Wo man sich dann im Notfall bedienen kann. So, ich gehe jetzt kurz runter und packe hier mal die Kartoffeln rein. In der Hoffnung, sie verschwinden nicht. So. Und kurz mal wieder hoch. Check. So und ich brauche, da ist schon wieder was gewachsen. Na ja. Ich schau auf jeden Fall meine Burg genauer an. Achso. Egal. Ich glaube, die unterhalten sich gerade. Wir sind da überhaupt gerade drauf. Kurz mal nachgucken. Ja, Tokamaka LP und der Razor. So, dann muss ich hier kurz losziehen und eine Mine finden. Und ich werde sowieso nicht mehr nach Hause finden. Also schauen wir mal, dass wir hier in der Nähe irgendwo hinab können. In die Dunkelheit. Uh. Ne. Da wollte ich jetzt. Nein. Da wollte ich nicht lang. Hallo. Hallo. Hm. Schaufel. 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 Ist meine Schaufel weg? Da ist das K1 weg. Meine Schaufel ist echt weg. Oh, ist das nervig. Ich habe da noch eine Schaufel. Komisch. Mann. Immer verschwindet alles. Das ist so ultra nervig. Ich versuche mal geradeaus zu gehen, aber das wird mir nicht viel bringen, weil ich es eh wieder vergessen werde. Oder wann erst rauskomme dann. Oh, eine Kuh. Eine Kuh. Eine Kuh. Eine Kuh. So, dankeschön. Ah, 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 ah. Gehen wir mal hier runter. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Erstmal nix. Okay. Das sieht ein bisschen komisch aus. Sind natürlich immer noch in der Alpha Build 2. Da ist die... Alter, du. Zack. Boah. Shit, 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 shit. Mein Wassereimer ist weg. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch... Warte ich. Ich habe doch mein Wassereimer gehabt. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, schnell, 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 schnell. Ah, ja. Da lang, da lang, da lang, da lang. Ja wunderbar. Das funktioniert wenigstens. Oh nein, die Tiere backen sich wieder rum. Ne, kein gutes Zeichen. So, wir waren hier. Sind wir schon mal... Ah, hier. Was runter? Da sind meine Sachen. Wo ist die Scheißspinne? Oh, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich hoffe, sie ist auch verbrannt. Drecksvieh. Oh. Tick, 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 tick. Oh, Rüstung macht auch nicht mehr lange mit. So. Die Schwert haben wir da. Vielleicht haben wir da. Mein Wassereimer ist weg, wie ihr seht. Ne? Es ist so nervig. Jetzt hat sich da rechts auch schon wieder was weggepackt. Da war doch was drinne. Macht kein Spaß. Ohne Witz. Es macht kein Spaß. Hoffen wir mal, dass sie es schnell regeln, ey. Das ist ja... Ich hab auch gehört, dass eventuell der neue Block Launcher beim Hersteller auf der Internetseite selber zu finden ist. War mir aber auch noch unsicher. Ich wurde es erstmal noch nicht runterladen. Das Spiel läuft sowieso komisch und nicht, dass es dann noch komischer läuft, wenn wir hier einen Texturpack drin haben. Wobei es eigentlich darauf keinen Einfluss nehmen dürfte. Nein, da ist es runtergefallen. Lava. Kannst du mal... Danke. Wohl. Das wird ja gleich wieder dunkel hier. Ups. Die Kohle will ich hier haben. Alter, war das knapp. Naja, okay. Wir bauen eben mit Treppen hier ein bisschen rum. Ist natürlich auch ne Idee, wenn ich schon so viel habe. Kohle. 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 Dankeschön. Ich weiß nicht, wie die anderen es schaffen, so zu spielen, dass sie ihre Items auch behalten, ey. Bei dem, was sie alles bauen. Boah, ganz ehrlich. Diese Motivation, diesen... Ich werde schon längst ausgerastet. Die tue ich also schon. Bei denen verschwindet ja auch die Sachen. So, einmal die ganze Kohle hier runter rupfen. Achja, immer dieses... Rumgeburge. Ich bin verwirrt, habe gerade Feierabend. Wie gesagt, ich hatte kurz nachgeschaut, habe die Leute auf dem Server gefragt, ob es heute besser läuft. Also gemeint, so lala ist schon besser irgendwie, aber trotzdem fliegen sie raus. Du brauchst ne Aufnahme. Versuchst einfach mal ganz schnell was aufzunehmen. Und ja, dass nicht so ein Kram rauskommt wie gestern. So, jetzt brauche ich noch ein paar Fackeln. Habe ich mein... Hä? Ich hatte doch so viele Holz... Okay, die habe ich wahrscheinlich, eventuell, verloren durch das Feuer. Mann, ich brauche Holz. Scheiße. Du bist wieder hier hoch. Ich sollte mich langsam mal um meine Eisenrüstel kümmern. Oh, eine Axt. Spitzhacke. Warum verwechsel ich das immer? Ich bin dumm. Da ist Eisen, was ich wohl übersehen hatte. Ich brauche kurz einen Baum. Ja, nicht dich. Du bist doof. Ah, perfekt. So. Geh mit mir Items. Geh mit mir Schlepperlis. Geh mit mir Fackeln. So. Das sollte erstmal reichen. Huch. Jetzt hat sich gerade von meinem Controller die Auflage gelöst. Das ist Igitt. Hm. Aber kann weiterspielen. Ihhh, das klebt. Boah, warum klebt denn das? Viele die einen Playstation 4 Controller haben, die kennen das ja eventuell. Dass er sich ja die Pads abnutzen. Da habe ich halt so 0815 so eine Pad überzieher geholt. Der ist gerade abgerutscht. Darunter ist klebt und schrinkt. Was soll denn der Scheiß? Pennen ist nicht. Kann ich nicht. Müsst ihr durch. Oder die Nacht abwarten. Hier wird gearbeitet. Hier wird fleißig abgefarmt. Und wieder die Kohle verschwindet. So. Okay, gehen wir doch runter. Je tiefer, desto besser. So schönere Dinge erwarten uns. Und unsere Erdkriebe noch aus dem Hol. Ne. Au. Zack. So. Alter, das ist ganz Eisender. Wenn das verschwindet. Ich werde so heulen. Und es wird verschwinden bei meinem Pech. Hey. Ups. Alter, ist das viel Kohle hier. Mann, Mann. Halt's. Ist doch nur Stimme, geht weg. Und irgendwie haben kaum welche. Das Video von gestern, das war ja einiges kürzer. Und anscheinend hat kaum jemand zu Ende durchgeschaut. Weil auch meine Idee, die ich da angesprochen habe, hat kaum jemand reagiert. Ist natürlich euer Pech. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Ich höre irgendwas. Irgendwas gehört. Schon wieder. Ich höre ein Schleim. Alter, das mit den Erfahrungspunkten ist natürlich wieder voll am eskalieren. Und irgendwas hat sich da doch gerade schon wieder umgestellt in der Leiste, oder? Sieht man in der Aufnahme bestimmt. Alter, was ist denn hier an Kohle? Alter. Hä? Erfahrungspunkte weg. Erfahrungspunkte da. Ja, geht mir doch nicht sofort auf den Sack. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Sind das die Erfahrungspunkte? Oder sind das irgendwie 50 Schleims? Komisch. Äh, Geräusche. Hoppala. Ja, tut mir leid. Ich brauche die Kohle. So, ich mache mich auf den Weg. Gehe schon mal ins Bett. Hahaha. Leute, ich bin auch drauf. Das wird nichts. Ihr müsst kämpfen. Nur so könnt ihr in der Welt alles überleben. Nachts draußen alleine im Wald. Das kommt mir mal näher. Das Geräusch. Skelett. Moment. Hä? Ich glaube da von da irgendwo. Na toll, das hat mich jetzt auffliegebracht. Hä? Oh, Redstone. Okay, ist das Geräusch weg? Oh, ich muss ja kurz antworten, damit sie Bescheid wissen. Okay. 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 So, uh, let's get back in. Ich das. Ohel. Das ist so 친구�isch. Ich bin mir stolta noche Trommuellner. Ich ginge schon selbst eine Rolle. Oh, ich pennere mich. Das ist so, was man. Oh. mann hat mich zusammen, aber auch Mama, du Würst. Und ich kommst dir zu, liebe dasalo. Natürlich erzählen, los kommst du für antib Juden hier. Und das war eigentlich was, dass es nicht ganz cool ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.